Hallo und herzlich willkommen! Wir begrüßen euch wieder ganz herzlich zu Larissa und Rebecca on Tour. Wo wir euch zeigen, was alles so passiert, wenn wir beide, Larissa und Rebecca, unterwegs sind. Liebe Grüße, eure Larissa und Rebecca! Du fährst so schnell, Rebecca! Wie schnell fährst du bitte? Ein Viertel! Ein Viertel was? Ja, ein Viertel, da steht doch ein... Achso nein, das ist der Tank! Weißt du, was ich sehr komisch und bedenklich finde, Rebecca? Was? Im Auto und wirklich in jedem Auto gibt es einen Blinker für links und es gibt einen Blinker für rechts. Ja. Aber es gibt gar keinen Blinker für geradeaus. Warum? Deswegen sage ich dir, gibt es so viele Unfälle, ich schwöre. Weißt du was, du musst das einem sagen, das ist doch eine gute Idee. Ja. Du musst das irgendeinem sagen, ein Polizist oder so. Und da kannst du richtig viel Geld machen mit einem geradeausblick. Oh mein Gott, mein Gott, ich schwöre. Du hast eine Erfindung gemacht, die können den Menschenleben retten. Ja. Was? Oh meine Güte, wo ist der Pimki? Da war doch mein Pimki, wo ist der hin? Ich weiss nicht. Was steht da? Ein-Euro-Shop. Hä, was gibt es da? Ich weiss nicht, aber in einem Blumengeschäft kann man Blumen kaufen, in einem Handygeschäft kann man Handys kaufen, dann kann man in einem 1-Euro-Shop wahrscheinlich 1 Euro kaufen. Ach so. Oh, vielleicht haben die denn ein Angebot. Weißt du, vielleicht kostet der 1 Euro dann 99 Cent oder so. Das wäre preislich sehr günstig. Ja. Oh, ich hab voll Hunger. Wollen wir Burger King? Nee, lieber was Gesundes. Ach so, okay. Meckes? Ja. Okay. Herzlich willkommen, Michael. Das ist Ihre Bestellung, bitte. Was willst du haben? Einen Salat, bitte. Was? Was ist mit dir? Bist du magersüchtig? Nein, ich bin nicht magersüchtig. Einzelne dein Menü. Aber Jordan hat gesagt, ich seh fett aus. Was? Was will er? Er ist selber voll fett. Nein, er sagt, das sind Muskeln. Hallo. Larissa, wer hat bitte Muskeln an der Seite von seinem Bauch? Na und ich nehm trotzdem einen Salat, Rebecca. Du kannst mir das nicht verbieten. Ja, mach doch was. Was willst du? Einen Salat, bitte. Wie du klingst. Was? Ja, dann bitte noch einen Cheeseburger und Pommes und eine große Cola. Oh, ich nehm auch einen Cola, aber Light, bitte. Nein, das ist voll unfair, Rebecca. Wieso? Ich hab eine normale Cola genommen und du nimmst eine Light. Jetzt werde ich dick und du bleibst dünn. Ja, aber guck mal, wir können doch mischen. Guck mal, wir mischen. Dann haben wir beides halb. Halb normal und halb light. Dann werden wir beide dick, aber wir bleiben auch beide dünn. Du bist eine wahre Freundin, ich schwöre. Nein, Larissa, das ist für mich selbstverständlich, dass man dann aufdinkt wird. Man ist die beste Freundin, so ist das. Okay. Ach, wir nehmen aber noch einen neuner Chicken McNuggets, bitte. Das Hühnchen, da ist ganz viel Ei drin, das ist wirklich gesund. Das ist ein Ei drin? Klar. Ich dachte, die legen das dann im Nest. Oh nein, Larissa, nein. Das macht der Osterhase. Ach, der wird das. Ja, stimmt. Die beiden verwechseln sich immer. War das alles? Ja. Das macht dann 23,80. Bitte vorfahren zum ersten Schalter. Warum hast du kein Geld dabei? Warum hast du kein Geld dabei, Larissa? Wir können welche zahlen, bei der Bank. Ja, hast du deine Karte dabei? Nein. Aha. Hast du deine Karte dabei? Nein. Absolch. Eine, zweit. Ja. Es war babysitter und gro makers. Das ist einfach aufよねig, weil das Uncle Arabia die tetap vertelt. Und okay. Mensch. Ich suche -"Pitute", und ich te impulse schönslegt. Leute, ich habe zwei. Ich meine middle Sachen, die fände wirklich nicht. Das ist wahrscheinlich. Ich habe zwei Teuren. Bis zum nächsten Mal.